So meine Lieben, hallochen und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Du-Lengst, hallochen an die duolanten Crew und zwar folgende Sache. Heute gibt es ein kleines Opening, ja sehr spät, ich habe gerade erst auf jeden Fall fertig leveln können und habe so noch die letzten Gems bekommen können. Und wir wollen natürlich die Jagd nach Manju weitermachen. Ja, ich hole mir jetzt mal einen dritten Manju und ihr dürft mit dabei sein. Endlich mal wieder ein kleines Speed Opening, morgen oder übermorgen gibt es denn ein Farming Video zu Jessie, vielleicht auch erst nächste Woche. Ich muss gucken, ich habe nur noch, also ich habe ein paar Decks schon fertig, aber ich muss gucken wie ich das mache. Auf jeden Fall kommt aber eins. So, wir müssen in Neo Impact rein. Und dann würde ich jetzt aber auch mal sagen, damit ihr nicht lange rumlabert, äh, hier nicht zu lange rumlabern müssen hier, das sind die Karten, die jetzt noch fehlen. Wir werden alle kaufen. Und jetzt, drei, zwei, eins, go Speed Opening! OMG meine Lieben, OMG nach dem ersten Pack haben wir hier. Ich muss hier kurz mal stoppen. Wir machen aber trotzdem weiter. Und jetzt, drei, zwei. Das war's. 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 Das war's.